Notbetrieb-Steuerungssystem PAD-Touch Der Notbetrieb des Steuerungssystems PAD-Touch dient dazu, den Abrollkipper im Störungsfall wieder in Transportstellung zu bringen beziehungsweise den Container vom Fahrzeug abzurollen. Grundsätzliche Voraussetzung hierfür ist, dass die hydraulische und elektrische Versorgung gegeben ist. Zum Starten des Notbetriebs die Taste Manueller Betrieb der Kabinensteuerung und die Schaltfläche Manueller Betrieb am Bildschirm gleichzeitig für 5 Sekunden betätigen. Das Display zeigt nun den Code 680.000 an. Achtung! Das Steuerungssystem verfügt nun über keinen Geräteschutz. Der Notbetriebsmodus schaltet sich nach dem letzten Auslenken einer Funktion automatisch nach einer Minute oder durch Betätigen eines Notaustasters ab. Das ist der Notbetriebsmodus. Das ist der Notbetriebsmodus. Das ist der Notbetriebsmodus.